Ja, Jungs, viel Glück für das Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg. Ich war ja schon mal in Berlin und ich war auch schon mal Pokalsieger und das ist ein Pokal, den man euch nicht mehr nehmen kann. Das ist der erste Schritt zum erfolgreichen Profi. Viel Glück und alles Gute für das Pokalspiel. Ich wünsche euch für das Spiel Freiburg-Pokal-Halbfinale sehr viel Glück. Ich weiß, wie ihr gerade im Moment drauf seid. In der Liga läuft es ja wirklich ziemlich sehr gut. Also gebt Gas und ich wünsche euch wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück für das Spiel gegen Freiburg. Euer Tollgast. Ja, Männer. Am Donnerstag kommt der SC Freiburg zu uns im DFB-Pokal-Halbfinale. Meine große Chance, ganz viel zu erreichen in diesem Jahr und nach Berlin zu fahren. Ich wünsche euch sehr, dass wir das schaffen, dass ihr das schafft, dass ihr in Berlin auflaufen könnt im Finale. Das ist ein großes Ziel. Es lohnt sich sehr. Ich durfte es selbst einmal erleben. Ich habe den Pokaleimer in den Händen halten dürfen. Ein unbeschreibliches, unvergessliches Erlebnis. Und ich traue euch zu, das zu schaffen. Dazu müssen wir alles in die Waagschale werfen. Das ist ein sehr starker Gegner. Aber ich glaube, wir können das hinkriegen. Ich drücke alle Daumen.